So, und weiter geht's im Programm hier mit richtig schönen Uhren und Schmuck. So heißt die Sendung, aber wir konzentrieren uns heute auf richtig tolle, tolle Uhren zum teilweise kleinen Preis. Ja, oftmals ist für uns Männer die einzige Möglichkeit, Schmuck zu tragen, eigentlich die Uhr. Auch vielleicht ein bisschen variabel zu sein und da haben wir ein paar tolle Produkte für Sie im Angebot. Aber die Damen kommen natürlich auch nicht zu kurz, denn Kathi hat uns auch tolle Armenuhren mitgebracht. Und mit einer Damenuhr beginnen wir auch. Mit einer Damenuhr wollen wir anfangen und ich habe mal geschaut, dass wir Uhren wirklich für jedes Alter auch heute zeigen. Wir haben ja wirklich eine große Auswahl an Armbanduhren. Wir arbeiten ja mit vielen Partnern da zusammen. Wir haben die wunderschönen St. Deonard Armbanduhren, wir haben tolle Krell Armbanduhren. Die sind immer sehr, sehr schön, die gefallen mir auch immer sehr, sehr gut. Haben dann aber noch weitere tolle Uhren, die auch ein bisschen außergewöhnlicher sind, die man so vielleicht dann beim Juwelier nicht unbedingt im Schaufenster bisher gesehen hat. Und da möchte ich heute gerne einige zeigen. Beginnen wollen wir mit einer Damenarmbanduhr. Und das ist meine Lieblingsarmbanduhr. Habe ich mir sofort gegönnt. Musste ich direkt mit nach Hause nehmen. Sieht auch toll aus an dir, muss ich sagen. Ich liebe die einfach. Die ist wunderschön. Und ich habe die gesehen. Ich bin ja totaler Fan von so schönem Schmuck. Und eine Armbanduhr ist einfach auch mit Schmuck. Gehört zu einem tollen Outfit mit dazu. Und hier ist eine fantastische Armbanduhr aus dem Hause Krell. Für die Dame. Und zwar in dieser tollen Rotgold-Optik, die wir hier haben. Und dann ist die besetzt. Und wir sehen sie sehr schön rund um die Lunette mit Strasssteinchen. Und man sieht es direkt, wie das funkelt und glitzert hier. Das sind ja richtig viele. Das ist ja sensationell. Die gesamte Lunette außen mit Strassstein besetzt. Und auch hier sieht man sehr schön im Ziffernblatt, da kehren die Strasssteine noch mal wieder. Nur die 12 und die 6 unten im Ziffernblatt selber sind ausgeschrieben als Ziffern. Ansonsten wurden die Zahlen durch Strasssteinchen ersetzt. Das gibt dem Ganzen natürlich einen sehr edlen, einen sehr schönen glänzenden, glitzernden Look. Ja, jetzt sehen wir hier natürlich auch die Farbe dieses Rotgold. Zu was passt denn das? Das ist ja für euch Damen immer wichtig. Zu welcher Kleidungsart kann ich denn das tragen? Das Tolle bei dieser Uhr ist, das kannst du wirklich zu jedem Outfit tragen. Und auch, was mir sehr wichtig war, zu jedem anderen Schmuck. Weil ich habe Schmuck aus unterschiedlichen Materialien. Ich habe zum Beispiel hier meinen Ehring. Der ist jetzt ein Rotgold mit vorne natürlich den Bling-Bling-Steinchen dann mit dabei. Ich trage aber auch zum Beispiel gerne Silberschmuck. Ich trage gerne Strass. Ich trage aber auch gerne Perlen. Und da ist diese Uhr einfach ideal. Aufgrund hier, wir sehen es jetzt sehr schön, des Ziffernblattes. Weil wir haben hier ein Perlmutt-Ziffernblatt in dieser Perlmutt-Optik. Und da sieht man sehr schön, das changiert so ein bisschen. Das hat diesen Perlen-Look. Und das ist natürlich toll, wenn man dann Perlen-Ohrringe, eine Perlenkette trägt. Dann kann man wunderbar die Uhr ins Handgelenk machen. Aber auch, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Rotgold-Schmuck habe oder ich dann natürlich einen Gelbgold-Schmuck habe, sowie auch Silber. Man sieht das jetzt sehr schön in Kombination mit meinem Ring. Obwohl der Ring jetzt zum Beispiel hier Gelbgold ist mit dann natürlich den Diamanten. Da wirkt das natürlich sehr edel und passt da auch sehr gut zu. Das Gleiche aber natürlich zu Rotgold, weil es hier dieser Rotgold-Look ist. Aber auch dann halt zu Silber-Schmuck ideal. Fantastisch, oder? Ja, sieht toll aus. Und ich habe auch tolle Kundenmeinungen dazu. Helga S. aus Aldenhofen schreibt, Uhr ist sehr schick und hochwertig. Ein Schmuckstück für jede Frau. Und dann schreibt Renate D. aus Klein-Machno. Die Uhr sieht sehr gut aus. Sie geht sehr genau. Das Armband zu kürzen war kein Problem. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist verglichen mit anderen Anbietern sehr gut. Und insgesamt ein toller Hingucker. Preis-Leistungs-Verhältnis, klar. 28,41 Euro statt ursprünglich 89,90 Euro. Da mache ich mal ein richtig tolles Schnäppchen. Und diese Gliederambänder sind wirklich ganz, ganz einfach zu kürzen. Ja, ich habe meins auch gekürzt. Also du siehst ja, das passt ja jetzt für mich. Normalerweise sind die immer ein bisschen länger. Ich habe ja auch relativ dünne Handgelenke. Das geht ohne Probleme ruckzuck. Du musst nur diese Stifte einmal rausdrücken und dann wieder rein. Wir haben auch tolle Uhrmachersets übrigens im Angebot. Wenn Sie die haben möchten, dann fragen Sie einfach bei den Kollegen im Callcenter nochmal nach. Hier bei diesem Modell aus dem Hause Krell sehen wir sehr schön hier dieses Gliederarmband. Das ist ganz klassisch natürlich hinten mit dieser tollen Falschließe. Das ist auch einfach abzunehmen und dann wieder umzulegen. Das wird einfach nur so eingeklappt. Also richtige hochwertige Uhr, die auch noch komplett im Trend liegt. Dieses Rotgold, was wir hier haben. Dann natürlich mit dem Strass besetzen. Das ist einfach toll. Perlmutt-Optik hast du angesprochen. Und es ist halt eine Grell, also hier Markenqualität, die begeistert. Ganggenauigkeit, das haben wir gerade auch in dem Kundenbeitrag gehört, ist selbstverständlich. Und so weiß ich immer. Auf die schönste Art und Weise, welche Stunde mir geschlagen hat. Ich liebe diese Uhr. Ich bin da totaler Fan von. Ich freue mich immer wieder, wenn ich sie Ihnen zeigen darf, wenn ich sie anbieten darf. Zum TV-Sonderpreis sehen. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt hier bei dieser fantastischen Uhr bei 89,90 Euro. Und das ist auch der Preis. Ich bin ja häufiger wirklich mal in den Juweliergeschäften dann und schaue mehr die Auslage an. Geh auch mal rein, red mit den Verkäuferinnen, was sie so schönes Neues haben. Und diese Uhren sind einfach dann ab 100 Euro, 120 Euro ist der normale Preis für so eine fantastische Uhr. Und dass wir die hier für 28,41 Euro heute anbieten dürfen, das ist wieder so ein richtiger schöner Preisknaller. Und da bin ich immer begeistert, weil ich möchte natürlich auch, dass Sie zu Hause schöne Uhren dann haben. Man kann ja die Uhren auch gern mal wechseln. Deshalb legen Sie sich mal eine neue zu. Die geht auch fantastisch, gerade mal für den Abend, wenn man ein ganz schlichtes schwarzes Kleid zum Beispiel trägt. Ich mache ja sehr gerne Kleider, habe ganz viel Schwarz auch in meinem Kleiderschrank, trage privat sehr, sehr viel schwarze Kleidung. Und wenn man da ein ganz schlichtes schwarzes Outfit hat, dann einfach einen schönen Schmuck anlegen. Das wertet das gesamte Outfit auf. Das ist ja nochmal das I-Pünktchen, ja, auf ein elegantes Outfit. Und so mache ich auch, eben mit so Kleinigkeiten mache ich ja auch aus einer ganz normaler Kleidung ein bisschen hochwertigere Kleidung. Ich werte die ja dann auf. Also eine tolle, tolle Uhr, sie funkelt durch die Strasssteine, sieht unglaublich teuer aus. Ist er aber nicht. 28,41 Euro. Auch meine Herren, vielleicht mal ein schönes Geschenk für Ihre Liebste, die schon lange gesagt hat, du könntest mir mal wieder was kaufen. Ja, wäre lieb. Ich glaube, das ist ein Geschenk, worüber sich jede Frau freut. Definitiv. Da kann ich nur sagen, zugreifen, solange wir diesen tollen TV-Sonderpreis hier heute für Sie haben. Wunderschön. Hier sehen wir nochmal die ganzen Strasssteinchen außen in der Lünette. Und wie wunderschön hier auch das Perlmutziffernblatt da gearbeitet ist in dieser tollen Perlmutt-Optik. Ein Hingucker am Handgelenk. Unsere Grell-Quarz-Armbanduhr für Damen mit Strass in Rot-Gold, sehr, sehr ganggenau, kriegen Sie mit der NC 7299 und der 569. Und der Preis, Sie sehen es, sensationelle 28,41 Euro. So, die Damen lassen wir jetzt mal kurzfristig auf der Seite. Und meine Herren, wir unterhalten uns mal, denn ich habe hier eine Uhr am Arm. Und Sie wissen, ich trage ja auch immer mal wieder andere Uhren. Und heute habe ich mir die gleich mal angezogen, natürlich, auch weil wir sie in der Sendung haben. Und da sehen Sie es. Die sieht schon mal toll aus. Aber, Kathi, da geht es nicht nur ums Aussehen, sondern die Technik ist sensationell. Hier haben wir fantastische Technik verbaut. Wir sprechen hier von einer echten St. Leonhard. Das heißt, tolle Qualität. St. Leonhard ist der Hersteller für fantastische Zeitmessinstrumente. Und hier, diese Uhr ist etwas ganz Besonderes, denn das ist eine Funk- und Solaruhr. Das bedeutet für dich einmal natürlich Funk, immer die perfekte, die genaueste Uhrzeit. Und dann kein Batterie wechseln, da wir hier eine Solaruhr haben. Also, das finde ich auch sensationell. Also, ich weiß, früher waren Funkuhren fast unbezahlbar. Aber Solaruhren gibt es noch gar nicht so lange. Aber auch diese Kombination für diesen Preis, das ist sensationell. Der empfohlene Preis vom Hersteller liegt hier übrigens bei 169,90 Euro. 170 Euro, das ist auch der herkömmliche Preis, den Sie jetzt vielleicht beim Juwelier finden würden, wenn Sie so eine Funk-Solaruhr in der Auslage im Fenster irgendwo sehen. Wenn Sie mal nachfragen, haben Sie eine Funk-Solaruhr, dann so ab 170 Euro aufwärts sind die dann zu bekommen. Wir dürfen die hier zum TV-Sonderpreis ausgeben, aber nur bis zu zwei Stunden nach der Sendung. Das ist ganz wichtig. Deshalb bitte, wenn Sie diese jetzt haben möchten, wenn Sie sagen, oh, genau so eine Uhr habe ich gesucht, dann schnell zugreifen, 66,41 Euro. Da der TV-Sonderpreis, wie gesagt, nur bis zu zwei Stunden nach dieser Sendung können wir diesen Preis anbieten. Was ich auch schön finde, ist natürlich auch dieses hochwertige Armband, also hier dieses Gliederband. Und das ist auch auf zweierlei Arten poliert, ist natürlich rostfreier Edelstahl. Genau, da ist hier die äußeren Glieder und das Glied hier in der Mitte quasi, diese Gliedreihe, die ist leicht gebürstet. Und dann haben wir hier zwei Reihen mit Gliedern, die richtig schön poliert sind, die diesen glänzenden Look haben. Das macht dieses Armband nochmal einmalig. Also hier diese Kombination aus poliertem und gebürstetem Edelstahl macht das Ganze nochmal etwas besonders. Ja, also ich muss auch sagen, hat einen sehr, sehr hohen Tragekomfort. Sie ist leicht und trotzdem voller bester Technik. Übrigens, wenn man jetzt Angst hat, oh, Solartechnik, was ist, wenn es mal eine Woche regnet? Das macht gar nichts. Das macht dieser Uhr überhaupt nichts. Tageslicht ist er genauso. Genau, und wir haben eine Gangreserve von 200 Tagen bei dieser Uhr. Das bedeutet, also die können Sie auch mal ein paar Tage liegen lassen oder vielleicht auch mal einen Urlaub abmachen, wenn Sie sagen, ich trage im Urlaub jetzt irgendwie eine einfachere Uhr, die schönen Stücke trägt. Man weiß meistens dann wahrscheinlich eher zu besonderen Anlässen oder im Alltag, wenn man ins Geschäft geht, wenn man arbeiten geht und eine tolle Uhr am Handgelenk haben möchte. Da ist die natürlich ideal, weil die perfekt zu so einem Freizeitlook, muss ich jetzt sagen, sehr gut passt. Also ich könnte mir dich jetzt auch sehr gut in einem Polohemd vorstellen. Dazu würde das auch sehr gut passen. Oder Anzug und Krawatte. Aber auch genau, wenn du jetzt ein Jackett drüber hättest, Anzug, Krawatte, auch da würde sie sehr gut aussehen. Ja, sie ist auch sehr, sehr angenehm zu tragen und sieht einfach schick aus. Ich habe ja auch noch Kundenmeinungen und zwar Dieter J. aus Stuttgart. Liebe Grüße in Schwabenlänze. Sehr schöne Uhr, bin sehr zufrieden. Die Kollegen waren auch begeistert, kann sie nur weiterempfehlen. Und Willi G. aus Mollen schreibt, Spitzenuhr, bin sehr zufrieden. Super Verarbeitung, super Preis, kann sie nur weiterempfehlen. Macht weiter so. Und da sehen wir gerade sehr schön das Ziffernblatt, wunderbar in diesem Anthrazit gehalten. Das ist auch nicht so alltäglich, nicht so selbstverständlich. Die meisten haben wirklich sehr helle Ziffernblätter. Hier haben wir mal dieses anthrazitfarbene Ziffernblatt. Und wir sehen hier sehr schön dann natürlich die Zeiger und die Ziffern, die hier, oder Ziffernpunkte sind es ja hier, die nachleuchtend gestaltet sind. Das heißt auch, wenn es dann ein bisschen dunkler wird, können Sie die wunderbar ablesen. Also ich finde sie sensationell. Und du weißt ja, ich trage immer wieder andere Uhren. Also ich glaube, die werde ich demnächst auch mal wieder anhaben. Ich habe die natürlich zu Hause, weil ich fand sie so toll, auch mit der Technik, Funk und Solar. Aber ich habe sie jetzt schon, ich glaube, schon vier Wochen nicht mehr angeabt. Also wird mal wieder Zeit. Wird mal wieder Zeit, Reis. Sie steht hier ausgezeichnet, muss man sagen. Und bei Ihnen sieht die bestimmt auch ganz fantastisch am Handgelenk aus. Toll abzulesen. Markenqualität von St. Neonat. Hier sehen wir es nochmal. Traumhaft schön. Auch die Lünette hier außenrum ist nochmal schön gestaltet worden. Also hat so einen sportlichen Touch, hat aber auch dieses elegante Durchhalt, dieses Gliederarmband. Also einfach ein Traum. Und eine wunderschöne Herrenarmbanduhr hier. Natürlich bringt sie das entsprechende Gewicht mit. Ich finde, eine Herrenarmbanduhr muss auch ein bisschen stärker sein als jetzt zum Beispiel eine Damenarmbanduhr. Hier wunderschön. Auch bei so einem gestandenen Mann wie dir wirkt die sehr, sehr gut am Handgelenk. Ja, und es ist sehr, sehr gut zu tragen. Also wirklich, so schwer ist sie gar nicht. Also ich finde die vergleichbar sogar sehr angenehm. Du machst aber auch große Armbanduhr, ne? Du hast sehr viele große Armbanduhr. Wenn sie nicht zu schwer sind. Das ist immer wichtig. Die dürfen nicht zu schwer sein. Die dürfen das Handgelenk jetzt nicht belasten. Dann sind auch große Uhren. Aber die hat jetzt genau die richtige Größe und vom Gewicht her überhaupt nicht zu beantworten. Sehr schön. Die ist unglaublich angenehm. Das freut mich. Also irgendwann mal sogar unspürbar zu tragen. Mit der Bestellnummer NC 73, 76 und der 569 können Sie hier zugreifen. Ich weise nochmal drauf hin. Der Preis von 66,41 Euro. Das ist ein absoluter Sonderpreis. 61 Prozent Preisersparnis. Normalerweise empfohlener Preis vom Hersteller hier 169,90 Euro. Deshalb bitte schnell sein. Der gilt jetzt und bis zu zwei Stunden nach der Sendung, damit Sie die auch noch bekommen. So, und die Bestellnummer sage ich Ihnen natürlich noch. Die NC 73, 76 und die 569 für diese wirklich besonderes und tolle Funk- und Solaruhr. Der Preis sensationell. 66,41 Euro. Einfach mal ein bisschen mehr Abwechslung ins Leben bringen. Auch was die Uhren angeht, meine Herren. Und hiermit sind Sie immer viel beraten. Aber wir haben heute viele, viele interessante und teilweise auch außergewöhnliche Schmuckstücke für Sie in der Sendung. Und da können wir wirklich mit bestem Recht behaupten, die nächste, das ist so eine. Und die ist auch noch Unisex, oder? Wir haben eine Damen- und eine Herrenvariante von dieser tollen Armbanduhr. Ich habe mir jetzt mal die Damenvariante. Wir können ja im Vergleich... Macht Sinn, wenn du die Damenvariante trägst. Ja, oder? Wir können die aber gleich mal zusammenhalten, damit man mal sieht. Schau mal so. Da kann man es erkennen. Also die Herrenvariante ist jetzt die, die du trägst. Die ist ein bisschen größer als die Damenvariante. Ein bisschen stärker gebaut. Das Ziffernblatt ist ein bisschen größer. Hier sieht man es sehr schön. Dann die Variante, die ich habe, ist die Damenvariante. Die ist ein bisschen zarter, ein bisschen feiner gearbeitet. Der Preis ist ganz fantastisch mit 12,26 Euro hier für die Herrenvariante. Das Besondere ist, wir sehen es einmal hier, das tolle Ziffernblatt. Man kann natürlich die Zeit perfekt ablesen. Auch für diejenigen, die vielleicht Probleme haben, wenn die Ziffern so ein bisschen klein sind, wenn auch die Zeiger ein bisschen zart sind, da hat man meistens Probleme, das zu erkennen. Man muss immer die Brille dann aufsetzen, um die Uhrzeit abzulesen. Das müssen wir hier aber nicht, oder? Das müssen wir hier nicht. Du siehst ja alleine auf deinem schon mal, dass es sehr gut ablesbar ist. Wenn es jetzt aber Probleme beim Ablesen geben sollte, wenn man dann auch vielleicht ganz schlechte Augen hat, dann kann man hier die Uhr auch noch für sich sprechen lassen. Ja, dann Uhr, sprich mal mit mir. Was mache ich denn da? Du drückst einfach hier oben auf diese erste kleine Tasse. Da steht Talking. Das heißt, dann fängt sie an zu sprechen und dann sagt sie dir die Uhrzeit. Es ist 14 Uhr, 14, Freitag. Es ist 14 Uhr, 14, Freitag. Den Wochentag sagt sie mir auch gleich nochmal. Ja, genau. Ich mache es nochmal, damit Sie es auch hören. Wo ist denn mein Mikrofon? Auf der Seite. Also eben was mal dahin. Es ist 14 Uhr, 14, Freitag. Und das ist sehr klar verständlich. Also das ist jetzt schön, gerade wenn ich eben das nicht ziehe, auch wenn die Sonne mal drauf strahlt, sieht man oftmals die Uhrzeit nicht. Oder wenn ich auch Probleme habe ohne Brille, diese Ziffern, obwohl die sehr groß sind, zu erkennen. Das gibt es ja auch. Lasse ich es mir einfach ansagen. Ein Wecker ist auch noch drin. Ein Wecker ist auch noch direkt mit integriert. Da sieht man es jetzt sehr schön. Man kann hier selbstverständlich auch einen Wecker einstellen, wenn man das möchte. Man kann hier sich wunderbar immer die Uhrzeit und natürlich auch den Tag bzw. das Datum ansagen lassen. Dieses Modell jetzt hier für den Herrn. Sie sehen dieses fantastische Retro-Design. Das ist natürlich genial. Da sehen wir es jetzt auch. Genau, da kannst du durchschalten. Ein schlichtes Design, ein Retro-Digital-Look. So nennt man das bei diesen Uhren, die wir hier haben. Weil diese Uhr ist natürlich brandneu, hat aber diesen Retro-Digital-Look hier. Und man hat halt eine sehr robuste Uhr hier auch am Handgelenk für kleines Geld, 12,26 Euro. Vielleicht für die einen oder anderen genial, mal für den Alltag, für zwischendurch, wenn sie halt Probleme haben, auch mit dem Sehen dann von der Uhrzeit. Oder wenn man eine Uhr haben möchte, die man auch im Urlaub einsetzen kann, zwischendurch einfach mal, gerade auch nachts vielleicht, wenn man dann nicht unbedingt Licht anmachen möchte, kann man da drauf drücken und dann redet die mit einem. Also Datum, Uhrzeit, Wecker haben wir drin, dann die Sprechfunktion, sensationell. Wir sprechen jetzt erstmal von der Herrenuhr. Also Sie haben es vorher gesehen, ein bisschen größer als die Damenuhr. Die hat die NT 7190 und die 569 12,26 Euro für so eine hochwertige Uhr. Das ist einfach sensationell in diesem wirklich tollen Retro-Design. Einfache vier Tasten zur Bedienung. Da sehen Sie die Einstellungen hier. Also hier sehen wir Datum. Hier könnte ich alles wieder zurückstellen. Und hier natürlich die Sprachfunktion auf der Seite. Und so wird mir die Zeit angesagt. Das ist jetzt schön, weil ich kann, es ist auf der linken Seite. Und ich kann einfach jederzeit, weil ich ja links meine Armbanduhr trage, einfach so rübergreifen und drücken. Das ist sensationell. Ich muss es nicht sehen. Oh, schauen Sie mal. Sonne blendet. Ja, wie viel Uhr ist, sag es mir mal. Siehst du, so siehst du ja gar nichts. So hörst du es eben. Es ist 14.17 Uhr und es ist Freitag. Also, jetzt wissen wir es genau. Auch wann die Sonne geblendet hat oder Sie ein bisschen Probleme mit den Augen haben. Was mir gleich aufgefallen ist, Kathi, das ist ja bei den Damen, bei den Herren genauso, ist diese Form. Wenn man es schon sieht, die passt sich zu 100 Prozent ans Handgelenk an. Das finde ich unglaublich angebend. Merkst du, wie leicht die ist? Ja, ja, natürlich. Die wiegt fast überhaupt nichts. Also, die hat fast kein Eigengewicht. Das ist genial, wenn man die am Handgelenk hat. Man spürt die überhaupt nicht. Also, genial. Ich finde gerade auch mal so für den Alltag, vielleicht zum Sport. Wenn man dann vielleicht in den Urlaub fährt als Zweitur. Bitte schön, zugreifen für den fantastischen Preis. Die Herrenuhr NC 71,90 und die 569 und der Preis 12,26 Euro. Anzeige von Sekunden, Minuten, Stunden, Wochentag und Lastdatum. Und das Ganze kann ich auch noch ansagen lassen. Und die Weckerfunktion haben wir auch noch. Aber jetzt haben wir eben das Gleiche noch für die Damenwelt. Die Damen sollen ja auch nicht zu kurz kommen. Vielleicht auch mal ein Partnerlook. Das ist ja auch schön. Ja, oh ja. Die Damenuhr ist ein bisschen zarter gestaltet, ein bisschen schmaler gestaltet. Auch hier haben wir natürlich, wir sehen es wieder wunderschön, diesen Retro-Digital-Look. Ein sehr schlichtes Design. Ich finde, sie wirkt am Handgelenk wirklich sehr, sehr gut. Sollen wir es nochmal vergleichen? Ja, können wir gerne nochmal. Ich lege dir jetzt mal, weil ich sie sowieso ausgezogen habe, die Herrenuhr. Also, da sehen wir jetzt die Größe. Das hier ist die Herrenuhr, klar. Hier die etwas schlankere und dezentere Damenuhr. Aber ich finde, weißt du, wenn das beide tragen, das ist ja auch so ein Stück Verbundenheit. So ein Zeichen der Verbundenheit. Ja, stimmt. Ganz schick. Ich meine für 12,26 Euro. Da kann man sich einfach mal eine neue Uhr gönnen. In diesem wunderschönen, ganz schlichten Look. Habe ich so auch noch nie gesehen, muss ich sagen. Finde ich wirklich toll. Ich bin ganz begeistert, auch wie du eben von diesem Tragekomfort. Auch hier wieder diese geschwungene Fertigung. Sehr, sehr leicht. Klassisch hinten die Dornschließe, um die Uhr zu schließen. Wir haben auch noch tolle Kundenmeinungen. Und zwar die Hannah S. aus Dietz schreibt, keine Brille für das Ablesen nötig. Die Sprachansage ist gut zu verstehen. Bei engen Armbündchen braucht man die Armbanduhr nicht mehr hervorzukramen. Einfach den Knopf für die Sprachausgabe durch den Stoff durchbetätigen. Das geht natürlich auch. Und Inge E. aus Blauen schreibt, fest steht, für den Preis kann man nirgendwo eine sprechende Damenarmbanduhr oder Herrenuhr erwerben, außer bei Pearl. Ich bin sehr zufrieden. Das werden Sie auch sein. Für das Damenmodell jetzt die Bestellnummer NC7191 und die 569. Und der Preis, wie bei der Herrenuhr, identisch, 12,26 Euro. Also nochmal Herrenuhr, da haben wir die NC7191 und die 569. Bei der Damenuhr die NC7191 und die 569. So, jetzt hast du aber vorhin gesagt, wir möchten auch für jedes Alter und hier Uhren anbieten. Und hier würde ich sagen, sind wir ja mehr bei der etwas älteren Generation, oder? Ja, genau. Wir sprechen hier von Best-Ager-Uhren aus dem Hause St. Leonard. Wunder, wunderschön. Und Sie sehen hier direkt, wir haben die in zwei Farbvarianten. Und zwar haben wir einmal hier die versilberte und wir haben auch die vergoldete. Wunder, wunderschöne Uhren. Hier sehen wir sie. Auch hier ein sehr zeitloses Design. Und hier wurde drauf geachtet, dass auch die Menschen eine Uhr tragen können, die halt ein bisschen Probleme mit den Augen haben, die aber trotzdem gerne eine Armbanduhr tragen möchten. Alleine vielleicht schon aus der Tradition heraus. Also erstmal ganz einfach vom ersten Blick her, da haben wir ein großes, übersichtliches Ziffernblatt, das wir jetzt auch mit schwächeren Augen, also wenn man eine Lesebrille braucht, jederzeit sehen können. Sehr kontraststark. Die Ziffern sind groß und schwarz. Man hat das weiße Ziffernblatt drunter, sodass man hier die Zeiger sehr gut ablehnen kann. Jetzt kommt aber irgendwann der Punkt, wo ich das vielleicht auch nicht mehr erkenne. Kathi, was mache ich dann? Dann drücke ich einfach auf den Knopf und dann redet die Uhr wieder mit mir. Die Zeit ist 18.11.12. Das hörst du? Also die sagt dir wunderbar die Zeit an, sagt auch noch, wie Zeit ist. Also richtig schön ein vollständiger Satz. Einfach hier oben aufs Knöpfchen drücken. Die Zeit ist 18.11.12. Und schon spricht die Uhr mit dir. Und hier unten haben wir noch eine Taste, die können Sie auch gerne mal drücken. Heute ist Freitag, der 2. September. Heute ist Freitag, der 2. September. Und dann sagt er dir auch noch das Ja dazu an. Also einmal die Uhrzeit, die angesagt wird. Und selbstverständlich auch genau das Datum und der Tag, die angesagt werden. Was ich hier auch schön finde, ist dieses flexible Armband. Das ist wirklich toll gemacht. Ich kann das bei jedem Armumfang anlegen. Und es drückt auch nicht. Es liegt einfach bequem an der Hand. Aber jetzt habe ich gerade gesehen, über 6 Uhr haben wir dieses Funk-Symbol. Das heißt, das ist auch eine Funk-Uhr. Eine Funk-Uhr, eine Funk-Solar-Uhr sogar. Also auch hier wieder beste Technik. Das bedeutet für Sie, Sie haben immer die perfekte Uhrzeit. Dank hier des Funkempfängers, der natürlich hier dann die Uhrzeit per Funk übermittelt an diese Uhr. Und Sie haben eine Solar-Uhr. Das bedeutet auch hier wieder, dass das Batteriewechsel-Empfäng entfällt. Sie haben einfach diese Uhr am Handgelenk. Die nimmt die Sonnenenergie auf und die Uhr lädt sich damit automatisch. Was du gesagt hast, ist ganz wichtig, dass dieses Armband flexibel ist. Darauf möchte ich gerne noch mal zu sprechen kommen. Wir sehen das hier. Gerade wenn man dann schon ein bisschen älter ist und vielleicht ein bisschen schlechter sieht. Da kann man so eine Uhr selbstständig gar nicht mehr umlegen, nicht mehr zumachen. Und da ist natürlich hier dieses Armband, dieses flexibel gestaltete Armband, ideal. Es sieht unglaublich schön aus. Es sieht aus wie so ein klassisches Gliederarmband. Aber es hat natürlich hier diese flexible Machart, sodass Sie das einfach über die Hand drüber streichen können. Sie müssen nicht mehr irgendwie lange fummeln, um so eine Dornschließe zuzubekommen, sondern einfach drüber streichen. Schauen Sie, das geht ganz, ganz einfach. Ich weiß, ich kenne es von meinem Opa. Ich meine, der ist mittlerweile 90 und dem geht es noch relativ gut. Und er zieht sich natürlich dann auch immer schick an. Und er möchte auch wie gewohnt, wie in seinem ganzen Leben, seine Uhr umlegen. Aber alleine dann, versuch mal alleine, gerade wenn du die links trägst, irgendwie die zuzumachen, umzulegen, weißt du? Und dann noch so eine kleine Dornschließe zuzufummeln. Wenn man dann vielleicht schon ein bisschen älter ist, man kriegt es gar nicht mehr zu. Hier hat man das Problem nicht. Man zieht die einfach auseinander, man streift die einfach drüber und hat seine Uhr selbstständig umgelegt. Zwei Kundenmeinungen haben wir auch noch dazu. Und zwar einmal für unsere silberne Solarfunkuhr jetzt mit der Sprechfunktion Dagmar G. aus München schreibt, für sehbehinderte Menschen sehr hilfreich. Automatische Ansage und Einstellung der Uhrzeit quasi nur anziehen und fertig. Genial. Und Paul M. aus Schwarz schreibt, große Anzeige leicht zu bedienen, ideal für Personen mit stark eingeschränkter Sehfähigkeit. Und genau dahin zielen wir ja. Auch wenn man eine leicht eingeschränkte hat, sind natürlich schon die Ziffern sehr, sehr übersichtlich und überdurchschnittlich groß. Und bei starker Beeinträchtigung, wenn ich die jetzt auch nicht mehr sehe, dann einfach aufs Knöpfchen drücken und jederzeit die Uhrzeit wissen. Und die punktgenau natürlich durch diese Funkuhr. Und ich brauche auch niemals Batterien wechseln oder ähnliches, denn auch diese Uhr hier ist solarbetrieben. Mit Ansage von Tag und Datum. Eine klasse Sache und die sieht richtig, richtig schick aus. Also ich kann sie jedem nur empfehlen. Und gerade auch, wenn man dann oft mal nachts wach wird, wenn man dann so ein bisschen, ja, disorientiert ist, wenn man nicht weiß, wie spät ist es jetzt. Du hast mir das auch neulich erzählt. Du musst auch immer wissen, wenn du nachts aufwachst, wie die Uhrzeit ist. Und das haben, glaube ich, viele Menschen. Und hier kann man dann einfach, ohne überhaupt eine Brille aufzusetzen, ohne überhaupt ein Licht anzumachen, einfach draufdrücken. Und schon wird einem die Zeit angesagt. Also das ist auch ein bisschen Luxus und Komfort, den man sich mit so einer Uhr nach Hause holen kann. Also eine sprechende St. Leonhard Seniorenuhr, sagen wir es einfach für Leute mit Sehbeeinträchtigung, ist das die richtige Uhr. Die ist sprechend, sagt ihnen Datum und Uhrzeit an. Das punktgenau natürlich durch die Funktechnologie und dann auch niemals Batterien kaufen, weil solarbetrieben bis 180 Tage kann die in der Schublade liegen. Solange hält der Akku erst, dann bräuchte es wieder neue Energie. Die gibt es, die gibt es, diese Uhr mit der NC 7384 und der 569 für gerade mal 56,91 Euro. Sie sind hier in Silber, also richtig schön, wie ich finde. Aber wir haben das Ganze auch noch, und das sagen Sie vielleicht schon an meinem Armband, für alle, die ein bisschen goldiger sind, beziehungsweise mehr auf goldfarbene Sachen stehen, die Ihnen besser gefallen, haben wir die gleiche Uhr auch nochmal in Gold. Genau, das Modell ist jetzt vergoldet. Das heißt, man hat hier wunderschön die Uhr. Ich kann ja nochmal die versilberte daneben halten, damit man den Kontrast nochmal sieht. Schauen Sie einfach, was Ihnen besser steht, was Sie lieber haben. Ein bisschen höher. So, jetzt sehen wir es. Genau, das sieht man sehr schön. Also hier das versilberte Modell, das wir Ihnen eben gezeigt haben. Wenn Sie sagen, Sie tragen lieber eine vergoldete Uhr, Sie haben vielleicht Ihr Leben lang immer eine goldene Uhr getragen, oder auch die Damen, die gerne Goldschmuck tragen, dann gelb Goldschmuck, da ist diese Uhr natürlich ideal. Wenn wir jetzt beide nochmal in Eimeln sehen, dann sehen wir auch die Funkuhr, weil die gehen beide absolut identisch. Ist ja das aufgefallen, muss ja so sein, klar, durchs Funksignal. Und das ist auch immer so, kein Umstellen mehr jetzt dann auf die Normalzeit von der Sommerzeit und auch dann im Frühjahr nicht mehr umstellen auf die Sommerzeit. Auf die Sekunde, genau, schauen Sie sich an, die Schlage im Einklang. Wir machen Synchronuhren laufen, nicht Synchron schwimmen. Also da müssen Sie einfach entscheiden, was passt Ihnen besser oder vielleicht bei der einen Gelegenheit die goldene, bei der anderen die silberne. Bei dem Preis, also so viel, was wir hier sparen, kann ich mir mit Sicherheit auch zwei leisten. In St. Leonhard sehen wir, Solarfunkuhr, die auch noch spricht und ganz einfach zu bedienen ist. Und auch bei dieser vergoldeten Variante haben wir selbstverständlich hier, ich zeige das nochmal, das tolle Armband, das hier wieder flexibel gestaltet ist, sodass die Uhr einfach umlegen und abstreifen kann. Was auch wichtig ist, du kriegst keine Druckstellen. Oftmals kennt man solche Armbänder von früher, die waren dann einfach unglaublich eng. Dann hast du hier Druckstellen gehabt, die habe ich jetzt überhaupt nicht. Das sehen wir, ja, also da braucht man keine Angst, die ist sehr, sehr bequem zu tragen und wirklich auch sehr flexibel, einfach anzuziehen, was du vorhin gesagt hast, auch mit Sehbehinderung. Und vor allem, ich sehe die Uhrzeit und wenn ich die mal nicht mehr sehe, dann kann ich sie hören durch Knopfdruck hier. Auf die Sekunde, genau. Gold oder Silber, das müssen Sie selber entscheiden. Die tolle, vergoldete Variante hier auch zu einem fantastischen Preis, deshalb da jetzt zugreifen. Wir nennen nochmal beide Bestellnummern, die vergoldete NC7383 und die 569, die versilberte NC7384 und die 569. Und zwar Karl N. aus Teknang schreibt, für Leute mit Sehschwäche eine preiswerte und gute Alternative zu anderen Produkten am Markt. Und das können wir nur bestätigen. Und ich denke, in dieser Sendung hat uns gerade die tolle, tolle Uhren angefangen, von dieser Grelluhr in Rotgold von Damen bis hin zu den sprechenden Seniorenuhren in Silber und Gold. Hier sind Sie dran. Ran ans Telefon, holen Sie sich Ihre neue Uhr.